ARD Text im Auftrag von Funk Oh, ich hab halt noch ein paar Battlepicks zum Öffnen Hast du jetzt schon alle geöffnet oder schon? Nene, ich mach auf wenn ich 100 hab Wait, wo ist der? 66 Also es dauert wahrscheinlich noch einen Monat oder acht Monate wenn die Dropgrade so bleibt In dem man Gott ist Hat mir sogar einen Headshot gegeben Sehr beeindruckend Der hat kaum noch Amor und dürfte reichte Kill sein Heavy Tank Ja Dafür musste ich treffen Ich fahr ihm eh hinterher und dann sind wir 1000 Pios die auf mich schießen Dann hat er wieder Amor auf Natürlich, SMLE One-Hit Yay Ich will auch nicht noch Amor für den Von B an gesniped What the hell, wo ist der? Wow Der Sand von der Triff war ja mitten auf der Flagge Der Heavy Tank ging gefahren Oh klar Oh Heavy Tank Ne, das ist Slam, der Heavy Tank campt hier rechts Oh Slam, der GGG Und die sind alle ausgewählt Heavy Tank ey, what the fuck Ach, ich hab Combrandon einfach mal so einen Ach, der steht da Killed in action Weil unser Landship in einem gelben Kanister gefahren ist Wenigstens blockt es jetzt für mich durch die Schüsse Genau Also er hat sich halt Oh Okay Einfach nur C gedrückt Wo liegt einer Wo liegt einer Level 49 Auf der Flagge ist einer Basti hinter dir Also das war das heftigste Wie mir jemand mit dem Bau reingedrückt hat Holy fuck Ich hab ihn geprefired Und er hat mich einfach gekehrt Nachdem ich einen Schuss gemacht hab Balanced Bar Bar fängt mit B an Deswegen muss sie balanced sein Ja Da sieht aber rechts einer aus Und dann Ja, er wurde getötet Tanker ist einfach auf die Völker gerannt Und hat mich gewagt War Tanker? Ja Step your butter Komm Genau der Na da ist der Landship Aber er kommt nicht bleiben What? Warte Fuck, ich hab letztens eine Atmosphäre und so Der pusht mich halt einfach Junge Das ist noch gereicht halt einfach Weiß nicht, finde ich auch ein Spiel okay Weil ich ihn eh nie in mein Draft kommt Ja Heiter Wirklich? Komme Ah ok Hat er halt schon einen Sniper-Hit, oder? Wieso gehen Leute nie von ihrem Pferd runter? Da kommt links ein Landship Hier oder nicht? Ja, komm wieder auf die Stürer-Tanks Ja Äh Du pusht mich Ja Na Oh god Hat aber nur noch einen Nee, das pusht mich nicht Das ist One-Hit Habe ich dir jetzt anstaff die beiden Lebensteile gegeben Da kommt noch ein Landship Geh fucking geh, alter Aber ich hasse diese Instant-Tank-Spawn Ist doch auf dem freien Feld zwischen F und E Ja das ist schlimmer als wenn's close ist Ja ich glaub ich hab Oder ich hab das Gefühl Dass der Tank-Spawn Und sobald der Tank gespawnt ist Geht der Timer runter Nicht wenn er stirbt Ja was macht das fürn Sinn? Keinen Wir reden hier von Eis Ey das ist ein Das ist ein Tank-Snapper-Landship Weiß Ich weiß nicht wie, wer hat sich das ausdenkt Äh ausgedacht Ausdenkt Ah sorry Guck mal der Die beiden Flieger sind ineinander gesteckt Die da oben grad rumgeflogen sind Gegner schon einer von uns war ineinander Was ist das? Das ist ein Landship Wo? Oh Gott Ja mit der jetzt 15er drückt mir nen Header Ah bleibt Und ins Nade Und oh mein Gott What's happening? Witz ey Es geht der Fahrer natürlich raus Bist du aus dem scheiß Ding Level 90er Aber da hinten ist noch ein äh Assault Kann ihn nicht sehen Ja und so perfekt rumkrabbeln ey Der Typ hat den Shotgun Äh Boost Den hab ich nicht getötet Der bleibt da einfach drauf sitzen Ich hab den Direct hittet mit der Tank-Shield Der hat überhaupt kein Damage genug Der Fighter hat mich Es ist da schon wieder Light-Tank Ist das ein Witz? Ist das kein LV-Tank Echt? Das ist ein Hauitzer Ist da jemand mit nach A oder? Er will mit nach Alpha fahren Oder soll man nach F? Sanitäter gesichtet Ich weiß nicht Ich, ich, ich Ich bleib so ein bisschen Ihr Medium da Mal gucken Was auf B so ist Party mäßig Aber warten noch kurz Bleiben hier Sanitäter Da Sperre gesichtet Oh Ähm Was? What? Was? 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 Na, worum geht's? Was war das denn? Wo kam der her? Der muss hier in der Ecke Ich satt nah, nein Kommt einer Oh my god Ähm You picked for the win Der kommt jetzt einer von hinten rein Genau der Da Da Wie viele kommen denn hier? Got your back Backmakes Backmakes Nein I am so Ich hab drei Leute Und wo denn überhaupt? Von dem Spawner Oder was? Und wo? Von wo? Von wo? Sag dann! In dem Haus drin Wo wir tot sind Nimm klein Nimm klein Nimm klein Dann sag das halt mal Ich kann nicht Gedanken lesen Oh fuck Was ist doch grad passiert? Ich hab da eigen gesehen Also ich und Junda waren drauf Und da haben wir gesehen Das mindestens sieben Stück Also sechs oder sieben Ich war die ganze Zeit tot Ja ne, aber halt den Balken oben Wo wir drauf gefahren sind Das erste Mal Äh Und ganz am Schluss So war ich Ganz Minimal klein nur noch Also Waren schon Leicht viele Ich hab da die Täter gesichtet Warum bin ich jetzt hier gespawnt? Noch irgendwo Warum bin ich jetzt hier gespawnt? Und mehr haben wir auch schon wieder Natürlich Mann Wir tanken jetzt Hätten sie sich eh noch cappen können jetzt Machen sie doch noch oder? Nee Fortschritt der mich ja gerade getötet hat einfach Hat Überlebt Weil er es geschafft hat Einmal um mich herum Zu Bionet chargen Deshalb musste ich Vier Hits mit dem Selbstlader machen Und dadurch ist überlebt Oh das ist zu tief Ja das ist zu tief Leute das ist Motor Das ist aber zurückgekommen Ah Äh Äh Du wirst doch sterben Und da fahren welche zu euch Oh Gott Was? Da kommt noch rum Oh Gott Die fahren einfach rum Nein Motorrad Oh Gott Oh Gott Wo wollten die hin? Ich hab gedacht da kann ich Unterdrücke durchfahren Das fängt uns nicht zu ziehen RAPE COFFEE RAPE COFFEE Ich komme Oh Vor denen Kommt bestimmt niemand hin Vor denen ist ein Typ mit Die zwei Sniper Die uns abbrechen Das ist sehr gut Die E-Ls besetzt Und da ist der Der kommt noch gleich ein Zug Oh Gott Kann ich nicht bekommen? Scheiße Das hier wirklich aber niemand hinguckt Ey Denk sie auch keiner ist so gut hier zu bushen Na doch, jetzt kommt es ein Sniper. Ja, aber der halt glaub ich nicht, dass wir hier sind. Der ist einfach nur an. Wissen, der schaut nicht mal in die Richtung, während das MG auf ihn schießt. Er ist einer von dieser Kein-Fick-geben-Fraktion. Du meinst Battlefield-Community? Ja. Er ist ein Hole. Also ein Loch. Ja, das ist wie ein ganz großes schwarzes Loch, das Gillen sich aufsaugt. Da kommt der Zug. Wir sind so gefinntied. Aber vielleicht können wir ja noch... Der realisiert's nicht, dass wir auf Flagge sind. Aber der Artillery Truck auch nicht. Okay, er hält an. Ich glaub er hat keine Kraft mehr, weh runterzudrücken. Ich glaub eher, dass er weiß, wo wir sind. Hm. Hab auch so das Gefühl. Nur, der hat mich definitiv nicht gesehen. Definitiv nicht. Ich weiß ja nicht, wie's euch geht, aber ich geh jetzt zu ihm. Tschüss. Okay. Ich bleib hier. Ich bin keine Pussy. Heffan. Heffan, du nicht Pussy. Die Pussys machen sich dann aus dem Staub. Oh mein Gott. Als ob Max nen Fick gibt. Morgz. Das ist so perfekt für dich, Yunda. Oh mein Gott. Selbst leider, wenn ich's treffen würde. Er ist an der Age-Rocket-Carn ausgepackt. Jetzt können wir wieder auf die Flagge gehen. Ah, jetzt ist nur noch der. Ja, Max. Max ist einfach sehr ausstrahl. Wie viele Mad-Kids hier liegen? Ich fühle mich grad so richtig schlecht hier. Sieben Mad-Kids. Alles meins. Was? Acht. Neun. Zehn. Ah ne, jetzt ist eins weggegangen grad, ne? Das hat eigentlich mal die maximale Anzahl erreicht. Gott, ey. Wir verfolgen mich grad. Die pushen mich von E. Oh Gott. Basti, jetzt werden da hinten eben spawnen so viele spawnen. Einfach nur. Bei E. Mhm. Oh Gott. Oh Scheiße. Und die werden hierher kommen. Ja, das sowieso. Hier ist einfach niemand. What? Wo sind die denn alle? Da kommt doch einer. Und da ist ein Mörser. Wo? Alter. Aber der ist nicht besetzt. Hä, was ist an? Niemand. Stille. Ja, die sitzen da oben. Ja. Hi auch. Jetzt spawnen wir wahrscheinlich wie ein Paar. Die spawnen eh auf der Flagge, weil da keiner drauf ist. Ich bin mir grad so schlecht. Ich stehe die ganze Zeit nur vor E. Und warte bis die spawnen. Ah, eine ist hinten neben Spawn. Ja, jetzt spawnen sie da hinten. Ja. Wenn jemand auf der Flagge ist, spawnen sie doch auf der Flagge. Beste Gasgranate. Nice. So eine Godnade. Na, ich lauf schon mal Richtung D. Mal schauen wie viele Autofollowed wir bekommen. Wobei, ne. Der Auftrag ist neu, ne? Naja. Ne, ich hatte ihn drauf. Eigentlich. Ich hab die ganze Zeit Leute getötet. Ne. 324. Ist noch im Rahmen. 16 Stück geht ja noch. Ja. Ist nichts, wenn man so dran nachdenkt, ja. 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 4 Stück vor jeden. Neu, halbes Team eigentlich. Du meinst also 10 für Juli und 6 für die Reis? Ja. Passt. Wie? 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 Die Hitbox finden sie ein Stein dann. Da fuk. Kann ich nicht treffen. Weiter hinten sitzt noch ein Medic. Genau gleiche Richtung. Ja. Hier kommt man auf Treffen. Ah, da rät noch einer rum. Hat nen Hit von mir. Wurde von hinten an gesnipet. Da fuk. Hat irgendwer ammo? No. Passiert da weh? Was findet ihr? Der Typ hat mir ammo zugeworfen, bevor ich was gesagt hatte. Was? Echtes? Fuck you, MG. Hab den, hab den. Nimm mal, wenn ich was schreib, ey. Schweinerei. Traut sich, was die Leute ähmt. Schreib ja. Sorry Bruder. Ich liebe dich! Du musst schreiben, klar, wie könnte man dich vergessen, Alter, dass wir es machen. Der von letzter Nacht. Der von letzter Nacht, ja. Oh, ich hatte voll vergessen, dass die Zug haben. Oh, boah, Mission, Alter. Oh, da war ja was. Oh, da ist er ja. Ah, der ist aber low. Hab den. Ich bin verwirrt. Überhaupt nicht abgestaubt. Oh Gott. Passi, du hättest ja schreiben müssen, Mensch. So ne kleine Lüge. Hättest den Jules glücklich gemacht. Das hat wahrscheinlich so. Oh mein Gott. My life is komplit. Heini holt. Der liegt doch bestimmt. Ah, da ist ein Kid. Hey. Haben damals Häufig zusammen gespielt? Ich glaube schon ein Jahr. Häufig! 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 Soll ich nicht Martin Schulz? Häufig! 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 Wir doch einen Kaffee zusammen trinken oder so. Ich hab mich faulen. Keine Ahnung. Balan. So da. Das ist eh. Häufig! Du kennst ihn doch eh. Ja. Tu nicht so. Diesen Typen muss man noch kennen. Oh mein Gott. Hast du medkippt für mich? Oh mein Gott. Der Tecma hochfahren würde hier. Im Moment bin medkippt für mich. Und dann nein. Komm zurückkommts. Ich hab mich selber ein Impact in die Feste geworden. Der Moment. Wenn man sowas sagt. Na komm zurück. Nein. Ich hab nur zwei Mörser. Hast du Ammon? Nein. Ich hab was besseres. Zwei Mörser. Drei Mörser. Drei Mörser. Drei Mörser. Drei Mörser. Drei Mörser. Oh man. Ich 3D sporte ihn. Ja ich seh ihn. Disabled. Womit hast du 3D spottet? Ein Periscope. Was sonst? Ich hab Periscope zu bei dir. Achso. Ich seh dich als Medic. Ich hab mich irritiert. Bro. Wetter Germans. Wär alle heck. Anyway. No way. Ja. We're crazy tryharder. Unsere krassen Calls. Basti der alte Serigotti tryharder. Musst du aufpassen wer da kommt. Der Mörser. Richtig serious gameplay. Chillt mal kurz. Das war der Gott Mörser. Der kommt da wieder. Ich glaub ich hab den. Oh Gott. Was super kackt ist was er denn sagt. Irgendjemand hat jetzt ein SMW. Ja ich. Vielleicht der alte Sniper tryharder. Erstmal quickscopen. Ah. One shot range. Ah no scopen muss. Ah warte. Ok wir spielen hier grad kein CSGO mit der AWP. Sorry. Hab das Game verwechselt. Passiert. Selbst im besten. Da hinten. Ah der. Erstmal periscope spotten. Ich brauch noch sieben kills. Let's go. Was hab ich glaube ich. Ja. Mal gucken. Ich bin mir nicht dumm ein Schilder den zu hinkriegen. Oh Gott. Der hat schon eine Reacher oder? Ja den hab ich gerade periscope spottet. Ich hab ihn plötzlich gesehen. Oh. Kann ich vergessen. Oh da kommt das Rapecar. Ja. Kills. 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 Hier. Und jetzt brauchen wir noch drei. Das ist drin. Das ist machbar. Das ist drin ja. Fünf Tickets. Äh. Das Problem ist wir haben alle Flangen. Guck mal wie's hoch geht's. Ja. You can do it. I believe in you. Ich glaub hier so ne höchstgemeine 99-0-Runde. Haben drei von uns exakt die gleiche KD? Nicht wirklich. Ne ne? Ich weiß nicht was für Truben der genommen hat. NEIN! Das ist die zweite Game-War. Die zweite Game-War-Leute euch nicht hat. Gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. Heavy-Tank. Kann du dich schämen. Als ob du mit dem Heavy-Tank so viele Kills hinkriegen kannst. Ne. Und mach sechs Kills dann wirst du zwei Minuten nachladen.